Oh, Schack, das war ein bissel zu hoch. Du musst halt Schwung nehmen. Aber nicht zu viel. Hey, Sider. Geil, Junge. Die latschen jetzt, ne? Ich muss mein Schild loslassen zum Nachladen. Aber ich muss mein Schild loswerden zum Nachladen. Ich hab keine Munition mehr. Willst du mal was anderes halten von mir? Hey, mein Schild. Okay. Sauber. 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 so, ich hab uns mal angekündigt, und zwar wird es keine flashbang ja, da kommt irgendwas du bist bei mir, wo ist der Pörsel, der ist rechts ja Karko, bleib mal auf einer Seite, genau deswegen, genau deswegen ich gucke rechts ja, zurückzug nicht zurückzug, Gipfel vorwärts warte, kommst du hier klar? ja, da ist einiges Magazin Reserve und bin hier bei denen noch 10 Schuss im Magazin man, man, die Böcke mit der Kaukante oh, Leute, ey, mir geht ein bisschen die Pumpe siehst du da vorne ah ja, warte wow oh, haha, haha Ich will ja, ich möchte das ja nicht, 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 werden ja. Ja, bei irgendjemandem klingelt im Telefon ja, bei Burnz beim Burnz beim Burnz von Burnz. Ja, 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 ja. Verdammig! Oh, 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 oh! Geil, Junge! Ich wusste es! Ich wusste es! Wir haben auch beid Man erstmal eine halbe Stunde zum Ziel gebraucht. Das war's geilste. aber du kannst jetzt respawn oder ich bin es keine panik das lauteste okay ich sag es nicht ich habe nur einmal hier sieht die in scheinwerfer los geht das was hast du für eine waffe was das kakus tut mir leid aber warte mal es war schon ganz schön wo kämpft denn der bernst gut dass du keine granate mehr hast hoffe ich der bürz ist in irgendeinem scheiß gebäude was ich doch verarschen junge guck mal rechts rum bitte ja genau kontakt ich muss nacht haben zurück 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 Warte, den hab ich gleich. Noch einer! Okay, sind down. Okay. Okay. Da bei uns, wie gehts den Knien? Ja. Ein Suchscheinwerfer. Das ist... Du hast gerade dein Gewehr fallen lassen, Byrd. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Byrd! Ich seh nicht. Jetzt noch nicht down, ich seh nicht mehr. Ich hab die Radate geworfen. Du! Ach. Ah, ne Fläschbeck! Ach, ne, da fände ich schon wieder. Und nun mal ausprobieren wir das wieder zum Nieren hier.